Jo, abwünsend. Hallo, macht mal wieder Tag. Ihr zwei könnt euch doch ins Bett legen. Ich hab noch kein Bett, oder mein Bett ist nicht gescheuen oder sowas. Warte, ich mach mir grad mal ein Bett. Weil ich liebe nämlich grad selbst. Du bist so kassiert, dass sie sich das von Haus. Manfred Kram doch. Das sieht auf jeden Fall komisch aus auf die Vorrezept. Da fehlt ja noch das Dach. Da also was wird, nein ich meine es ist später. Halbfertig und schon loslegt. Jetzt wird das Bett. Wenn der kleine Müller glücklich ist, dann hat. auch Heia Heia Der Chef Ich, Chef, Ihr Arbeiter Nein, der war eben noch Fußvoll Ja, deswegen konnte ich nichts abbauen Als Fußvoll kannst du nichts abbauen Ich muss, glaube ich, gleich wieder in der Wahl gehen Weiß, wo es brutal steht Nein Epic Ich habe mich gerade aus Versehen, dass mein Homepoint-Einsericht habe ich gleich Home eingegeben und dann habe ich mich an die Stelle sortiert, wo früher so Oh, da, bitte Ja, jetzt müssen wir noch die Beschreibung kommen Mahlzeit Welche Wasser hatte mein Haus nochmal? Ja Nein Nein Oh, ich habe ein komisches Herz Ich habe das Was ist denn? Nein, das ist so Nein, das ist so Nein, das ist so Das ist hier Was ist denn hier? Das ist so Nein, das ist so Endermen, Endermen! Leg dich doch mit ihm an. Nee. Das ist doch komisch. Das ist doch komisch. Ah, da hat ein paar Dreck im Inventar, maaaan. Was für Material hab ich hier jetzt noch nicht versorgen. Oh, das ist doch der letzte Abpack. Ich krieg noch hier echt nicht gebacken mit diesen scheiß Steinstufen. Hm. Mein Haus wird langsam größer sein. Zahm. Oh, der Steinstufen im Moment. Er legt mich doch am Arsch. So, das ist doch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm mal zu mir. Da würde ich eher durch Holz ersetzen, oder? Ja, ich würde in der Mitte durch Holz ersetzen und so aus. In die Ränder würde ich doch Stein machen. Ja, hast recht. Auf jeden Fall mach's fertig. Schatz. Möller, hab ich dir eigentlich das Lied mit Thüringer Klöße mal geschickt? Ja, Alter. Nach was guckst du auf YouTube? Nee, das hab ich schon Nico bekommen. Also der hat mir das mal geschickt. Krank, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Verletzung der Ohren, das kann man sperren. Auf Schmerzensgeld. Ja, ich bin Schadensersatzforderung, ne? Einer aus meiner Klasse wurde auch letztens vom Lehrer so leid. Ich hatte überlegt, ob er ihn auch Schadensersatz, wo Schmerzen fällt, wenn er verklappen kann. Ich denke, ne steckt man damit nur durch. Ich bin Schmerzen, ich bin Schmerzen. Zurufe. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin mir die ganze Zeit in meinem Haus beschäftigt. Ich habe nicht als Treffen abweißen, weil ich einen Fehler habe. Ich glaube, ich schmeckte auch so schaden, sagt was. Ich würde sagen, wir nehmen bis 5 auf, oder? Ja. Das ist auch noch ein bisschen länger. Aber ich muss die Aufnahme kurz verbrechen. Ich muss ein Crafting-Rezept nachgucken. So, da sind wir wieder. Wir haben, also ich habe mal gerade ein Crafting-Rezept nachgeguckt. Na ja. Ja, ich muss schon nach Hause. Halt, halt, halt! Hätt mir jetzt erst ein bisschen geschrieben. Komm, kein Book zu lesen. Nee, nee, nee. Na, mein Haus ist fertig. Jetzt kann ich eigentlich die Einrichtung bauen. Okay. 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 Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Oh, Creeper, Creeper. Oh, wir gehen schnell schlafen. Komm, wir gehen schnell schlafen. Hm. Okay, mach. Wunderbar zu bemühen. Steh nur zwei Creeper von meinem Haus. Was hat die Arschkarte gezogen? Hm. Bäh. 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 Alter, der lässt... Ich kann mein Bett irgendwie nicht setzen. Der wird mich verarschen. So. Sie liegt jemand in seinem Bett. Wer war dazu? Wer war dazu? Ich weiß, nein, 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 nein. Aber ich weiß nicht, nein, nein. Ich hab' mich auch kurz mal. So, also ich liegt im Bett. Ich liegt auch im Bett. Boah. die ist letztlich wichtig die ist letztendlich Sponsor von meiner Wasserflasche fast vielleicht ein bisschen nach dem Scheiß zu lieblich ich glaube sogar noch die 39 39 Flöcke der Ehe alles es gab 10 kannst du zu der Faktor mit dem einen Satz schweiß zu lieben die so 6 nehmen hat man doch 36 Jahr du kannst vier Blöcke draus machen vier er hat das Problem beim Abschluss zu gelieblich aber wohl was greift mich jetzt schon wieder an auch so hoch beim Saus ich glaube ich hab gleich erstmal eine Mission, ich muss meinen Vorgarten aufräumen wo steh ich in den Schaden enthält wo kommt der denn da rein was ein Creeper in deiner Wohnung nein ach so jetzt war ich wieder reingekommen in ich hab mal voll den Zaun zu machen müssen das wäre ich mal nicht so verkehrt gewesen ich brauche mir so einen Steinzaun hat jemand von euch noch Leder und kann ich mir noch ein paar abdrücken kriegst auch Eichentwicklung also diese komische Desslinge Mauer mussten wir nachher kommen ich kann da nicht ich hab anbauen es gibt uns mein Haus da sieht man sogar schon was von Wosenberg der einen etwas abgelegener als hier es mehr Schubladenhaus ist es nicht wer stimmt aber an ach das ein Haus von meinem Bruder und so die haben sich das in der Schubladen das ist eine Haus aus dem Ziel steigen das sind kaputt ist zu müssen da ist man ein Gründer nachgelaufen und es ist dann nichts doch die eine Ecke ist es fehlt Bei mir fehlt gar nichts. Secker haben Karotten angebaut. Na, ich sehe deine Hütte. Ach du Scheiße. Hat doch gesagt, davon zieht sich das. Wer hat jetzt sogar Roh angepasst? Na, hab ich vergessen das scheiß Hühnchen rauszunehmen, hat er kein Glas gemacht. Pff, voll die Freck. Hast du vielleicht stattdessen ein Steinziegel oder das was was man für ein Brauch? Na, melzt dich aber früh. Gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal das Leder, gib mir mal das Leder und Laufst. Warte, 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 geh da weg, ich nehme. Dann kannst du mir auch gerade den Zintensack geben, den wir drüben. Kannst du den Zintensack und das Leder holen? Den Zillers zu brauchen, das war sogar Baustraut.